So und damit willkommen zurück zu Forsa 7 Modus Sport. Wir fahren mal wieder Nürburgring, Nürburgring, diesmal mit einem super OVX und ja ich sag mal die Grundausstattung ab Werk ist schon verbaut und ja den Rest mal sehen wie sich die Kiste macht. Auf der Straße, wir haben ja schon den Jeep getestet oder LKW sind wir ja auch schon rum, ich weiß das noch nicht. Ob ich den hochgejagt habe, das weiß ich noch nicht. Naja, falls ich das auch nicht gemacht habe, dann wird das die Tage mal noch nachgebessert. So, ja allzeit breit ne? Also ich bin ready to rumble. Achso, wir müssen ja noch drücken, jetzt halt. Ja, genau. Kasper ist die Haut hier rein. Ja, macht ja nichts. Aber es ist so, dass wir nicht daran einblenden, also irritiert mich einblenden. Achso, das ist blöd, ja. Ja, jetzt hört er auf. Er macht sowieso nur Ärger, da hat Nürburgring gehabt, deswegen werde ich mir was anderes zulegen. Gut, meine lieben Freunde, jetzt geht's los. Zwei Runden Nordstreife, Subaru, Impressor, Gross Rider, falls ihr den kennt. Nein, nein, die haben bloß in blau und nicht in schwarz. Genau. Wo sieht's aus? Die alte Großreide. Done, man. So, zehn, neun, acht, sieben. Freilichs. So, ja dann hoffe ich, dass das hier alles klappt. Also rennt jeder sofort los. Also. Oder jetzt doch anders. Man ist sofort das Rennen geschmissen, das ist ja jetzt doch besser. Wunderbar. Hier ist meine Box. Nee, hier ist los. Angerichtet. Nee, geht mal noch schlafen, das muss ich weg. Nee, schalten hast du auf, verpennt. Fokischer Hoch. Ja, aber ob ich das mit dem Crossfit-Beckel erinnert habe. Naja, gut. Das ist überhaupt nichts mehr. Das ist dann blöd, wenn gar nichts ankommt. Nee, das ist ganz. Nee, das ist ganz. Äh, ich glaube, mein Gegenwort hat aber nicht schwank. Das ist viel schmittiger. Das ist dann so fach. Ja, weil du nichts merkst vom Auto. Ich dachte, das ist nicht so schlimm, aber das ist so leid. Das ist gar kein Problem. Ich muss den Glockenstück nicht schwer in der Hand. Ja, ich muss den Glockenstück nicht mehr. Dann hat er den Drehlager zur Spassfaktor. Dann fühlt sich das im Eckenwagen, wenn das nicht schwer war. Du brauchst ein bisschen Muskel. Wenn du eine Selberdenkung hast, ist das ein bisschen schwieriger. Das kommt er nicht. Ah, das war ein Tick zu schnell. Der hat untersteuert, dann konnte ich nichts anderes machen wie bremsen. Von hier sind wir in der Klasse. Echt? Das hast du schon mal gesagt. Auch wenn es wieder gar nicht hochgeladen war. Drehlager aus der Aktion. Der ist noch mit dem Ragen. 990. FxX mit dem Evo gefahren. Monster. Du hast ja immer gesagt, ja. Untersteuert. Das ist vielleicht noch der Weg. Jetzt tut er, guck jetzt, tut er mehr übersteuern. Das war auch zu schnell. Ja. Am Lenkrad liegt es ja nicht. Egal ob du mit dem Controller fährst, mit dem Lenkrad oder mit der Tastatur. Ja, aber der Wagen ist anders. Und das ist auch so. Und das kann man auch machen. Der Heckkriegdack der Kugel der Feuerwehr. Der hat eine gewisse Verteilung von 255, glaube ich. Und jetzt hier der Kreuzwagen. Na gut, es kommt auf die Pfarrbewegung wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen ausschaubelt. Dann... Ja, es ist aber auch wichtig. Wenn man Kurven fährt, soll ja auch noch ein Kirsten geben. Er ist ein Kurvenausgang. Mhm. Da war ein Kanzur auch schnell fahren. Das sehe ich jetzt ja hier. Kein Problem, aber... Ja, Spaß. Den Lenkrad jetzt... Oh, 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 oh. Das war Gras. Ja, da ging es ein bisschen aufs Gras. Natürlich aufs Gras. Kann auch beide, ja. Das war's. Ich kenn das ja, äh... Das ist ein Kollege, das ist der seltsächste Kollege, der ist am ersten Sport. Einigen Freunde haben, ich glaube, am Start auch, ich hab keine Allgabe zum Aufzeigen für euch. Deswegen, äh, seht ihr nichts von der Konsole. Ich hab alle Konzonen. Ja, der Lappen steckt. Okay. Der Lappen steckt. Das war am Zeitpunkt. Morgen ab, zehn bis morgens, bis zehn. Dann bin ich das noch nicht mal. Das ist jetzt alle eine PS-Jerry-Found. Der Weg. Ja, irgendwann hab ich doch gekriegt. Egal. Da hab ich euch gekriegt, oder was wir schon vorhaben. Das war gar nicht mehr. Okay. Ja, Elgato würde ich, ja, um die Ecke stecken. Ja, da muss ich das auch alles reißen. Das weiß man, die Grafik. Also klar. Mann, da kommt, äh, 32 Kilometer Fahrradfahrt. Ich meine, die Elgato-Dinger, die sind jetzt nicht so schlecht. Okay. Aber es gibt, andere Hersteller, die deutlich mehr her können. Die Feder unten, sehr breit. Gleichzeitig geschalten, fast zumindest. Da kam da einen Tick besser hoch, den Berg. Oh nee, wieder aufs Gras. Okay. Vielleicht hat der Kwein, da hat der Mühe da noch. Und der Bier. Der Sound ist gut noch raus. und dann kommt wieder alles zu spüren. Ich denke, dass es mit dem Postenverkehrsbruch praktisch alles ist. Ich glaube, wir haben keine Rückmeldung. Generell, ohne Rückmeldung müssen wir blöd. Ja, das gibt es ja in keinem Auto. Jedes Auto hat eine Rückmeldung. Das ist ja logisch. Ja, wir haben uns da richtig anrein gebrannt. Wie gesagt, haben sie gesehen. Morgens um 10 Koffel. Wir waren nicht an morgen getankt. Ja, wie ist das denn? Ja, das ist noch Feuer. Vergesst nicht. Ja, wieder zu weit links. Ah, zugespielt für Schau. Ja, das ist ja aufgedreht. Es ist... Ja, das ist ja aufgedreht. Es ist... Er behauptet, dass Vorsa die Postenverkehrsbruch sollte bei den Posten bleiben. Es war nicht verdient, den Vorsa zu machen. Wir haben nie Vorsa gefahren, aber... Das ist alles. Das war ziemlich weit draußen schon. Es wird ne Menge sein. Ich muss nur mal sich die Telemetrie anschauen. Der Kurve, wo wir jetzt machen, ne? Da gibt es so viele Videos hier bei Youtube. Oder jetzt gehen wir Werbe machen, aber für andere Kanäle. Aber da gibt es so viele Videos, wo es genau da die Leute immer rausschwartet. Kann ich nicht verstehen. Also ich bin auch schon in den Nordschleife, jetzt kann man die fahren. Also... Wie es einen da so raustreiben kann, ne? Ja okay, die fahren ja jetzt nicht unbedingt so einen Sportwagen wie wir jetzt, aber... Boah! Alter, ich kriege schon Angst hier drinnen in der Kiste. Boah! Ja, wir fahren einfach mal 200 kmh. Aber die Kiste müssen wir fahren. Boah! Boah, Scheiße, jetzt noch ziemlich drüttelig. Oh! Oh! Ich dachte, da kommst du wieder aufs Gas. Was? Vorsicht! Was ist bei dir los? Ja, weil ich steh'n geblieben bin. Ach so. Ja. Da kommt immer dieses Vorsicht. Einfach komplett vor. Ja. 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 So ist es. Ja. Jetzt kommt die lange Karte. Das finde ich natürlich im Gegensatz zu, ähm... Ja. Ja. Das ist echt scheiße. Wir sind gerade auf die Karte drauf. Hast du'n schönes Kopf an den Kopf, ja? Und dann kommt immer die Barriere. Ja, nein. Das ist falsch. Also in Forsa hat auch... Ich glaube, das ist in Forsa. Ja, aber hier ging's raus. Hier war die Barriere. Und hier sind wir wieder rein. Ja, aber das ist ein Teil. Es gibt alle Layouts bei Forsa. Ach so. Ja, bei Forsa. Ja, ja. Äh, nein. Bei Forsa. Ach so. Okay. Dann sind wir auch bis jetzt... Forsa. Weil das Forsa gibt. Das ist die erste... Das waren die ersten, die die Nordschneuteläser gescannt haben. Da sind natürlich... Alle... Alle Layouts. Auch die 24 Stunden Rennen. Das ist ja hier jetzt, äh... Der Rennenkurs, äh... Für die 24 Stunden Rennen eben. Der hat natürlich nicht... Dafür zu fahren. Der ist ja auch in den Ländern auch normalerweise... als Privatperson... auf die Nordschneuteläufe. Das haben sie aber extra noch. Das ist nämlich hier nicht. Das ist die Forsa mit Forsa. Oh, klar. Und ich dann wieder anrufen muss. Okay. Ja. Ja, dann sind wir bis jetzt immer nur die gefahren, oder? Weil ich kenn nur die, die ist, äh... Hier kommst du ja beim Forsa gar nichts mit den Rauchen. Äh... Weil es ja nur Forsa rauchen muss. Wirklich kann. Echt. Das ist jetzt der offene Kurs hier. Bis wir in 20 Stunden rennen. Andere... Äh... Decker... Decker ist. So. 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 Also C, D, A, sag ich mal, das ist jetzt bestimmt verbremst. Ein bisschen Quatschen ist dann schon. Ja, dann lass ich mal vor. Ja, da sind ja ein bisschen die Ohren da dran. Ich überlege, dass hier über die Formel 1 gefahren ist. Das waren Männer. Die Stadtmänner. Aber die Grafik ist jetzt komplett nicht richtig. Also so groß, wo der Sprung stand raus. Das sieht immer noch ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, dass es ein bisschen kann, wenn man hier ist drin, aber... Na, das Gemüse mal fahren. Walden, Alra. Walder, Röhrl. Ich hätte lange was in Deutschland, wenn man noch Testfahrer geforscht hat. Walder, Röhrl. Erlelegende. Ich fahre auch hier. Wildklein hier. Mit dem Audi Quattro. S1. Fluss. 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 Ja, aber so läuft es jetzt wunderbar. Ich habe noch ein bisschen gut gemacht. Frage der Zeit, dann hast du dann Arbeitsspeicher fürs Luft gelöst. Dann hast du das. Genau. Und vorher weiß noch Bescheid. Und deshalb, äh... Gedeckt sind... Leicht, äh... Noch drei, vier Jahre alt. Sechs Jahre alt. Bis... Und er hat aber in dem Moment... Was... Wohl jetzt nicht los hier. Ja... Ja... Und dann brauchst du den Flugzeug. Der ist immer noch nicht gegangen. Der ist nicht gegangen. Der ist sehr zahlbar. Ja, das wird hier alles probiert. Die Destruktive ist wirklich... Ja... 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 Das hast du aber immer was gemacht. Ja... Ja... Das ist auch so... Ja... 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 Ich kann sie im vierten Gang bleiben, dagegen machen. Und der 4000 kmh, der 50.000 kmh. Das ist das Böse... Da kann man auch gar nicht loben. Ja... Aber das ist ein Boxer. Das ist ein Boxer. Das ist ein Boxer. Also oben. Oben! Ja... Man stüttelt sich denn alles. Man zahlt dann... Die... Äh... Die Böse... Hier, ohne Trost, wenn man das überhaupt nicht holt. Es gibt ja auch noch einen Trader ohne Trost. Gibt's auch, oder? Ja. Leute, die die so viel Geld machen. Ich bin auch so jetzt gekommen. Über das T-150. Das soll ja auch gar nicht so schreck sein. Das ist das Rücksicht. Das kann man auch nicht, was sich auch eine Empfehlung ausspäht. So, ich muss das Ticket machen. Genau, wie wir vor. Die Kurve wird man enger. So, ich mach mir so, schätze ich ihn auch schon. Das kann man auch nicht raus. Aber ich glaube, wir müssen Sport machen. Man kann das Spiel manchmal sehr schlechte Rinnentwicklung. Man muss aufsteuern. Man muss aufsteuern. Ich weiß nicht, dass meine Freunde, als ihr sie wisst, Elzer Rückschland in der Nautschleife und der Entwickler am meisten hier nach der Nautschleife fährt er ja auch sehr lange. Da dauert man 24 Stunden Rennen an dem Nautschleife dieses Jahr. Das ist der Entwickler von Hochbauland. Kerzenfall ist wieder aufgeledert. Schade, dass es ja keine Lichthube oder Hube gibt da im Spiel. Das ist die Verkraftung. Und ein Schaltfischer. Das ist gar nicht wurscht. Der Kollege von hier aus dem Nautschleife fährt er dann an den Schaltfischer und die anderen Leute ins Hürdi-Tür. Ich glaube, dass er am besten war, dass er am besten die Leute ist. Ja, ein Fehlerzweck. Siehst du im Rückspiel hier einmal wisch, 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 wisch. Ja, das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Der ganze Tag Techno-Sound in die Mauer gucke. So fein sind ja. Und alles mit Fett, ja. So gut. Das ist Fettwurst, ja. Der Zolle. Angeln. Ja, den werde ich auf jeden Fall nicht so. Der tut es drollig. Das ist ein sehr toller, was wir machen. Wir reißen ab. Und wir reißen ab. Und wir reißen ab. Eieieieiei. Boah, wie ist es so? Ja, 3x3. Ganz gut. Geil. Einmal verbrauchen, weil ich die Aspekte mit den Stielen erwähne. Nicht nur die negativen. Die Zahlen. Ja. Das ist normal. Eisskurve. Ja. Ja. Genau so. Das ist die Eisskurve. Da hat man am meisten. Da hat man am meisten. Was da ist hier? Am meisten. Und das ist schwer. Dann heißt sie ja auch Eisskurve. Weil gewacht ist. Der ist wie am meisten. Ja klar, weil die so nach oben weg geht und dann auch nach links weg. Genau. Dann hast du die Fliehkräfte nach oben und zur Seite. Dann tust du ja, Hauptgruppen. Ja. Ja. Das ist ein Wort. Wo man ist. Wo man ist. Aber man wird jetzt auch nicht so hoch aufpassen. Man ist so hoch. Abgefahren. Ja. Da haben wir mal ansprechen wollen. Und den Kollegen. Der kann ja ganz genau hin. Der wird in der Turbo aufgebaut. Und wieder konsumiert. Das Turbo lock. Und dann kann man halt. Was entscheiden. Interessant. So. Dann passiert das wieder auf den Laden schon. 2.30 Uhr. Mhm. Mhm. Wo die beiden sind. Das ist immer noch gut. Also. Locker 2.30 Uhr. Das ist gleich hoch. Dann haben wir wieder runter. Und jetzt bei 2.40 Uhr. Der kommt dann runter. So. Das ist jetzt mal so langsam. Hoch. Oh. 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 So wie leicht sind die Hessen hier? Ja. Judy kann irgendwo sagen. Früher называется кто damit groß. Aber. diezmal für es das. Wir hatten eine Freude an haben. Meine lieben Freunde. Da sind wir es. Ecco. Na ist es einmal auf jeden Fall hier. Hupen die Space Sendung. Nice nice. Auf jeden Fall halt. Ja meine lieben Freunde. Wir werden dann auf jeden Fall mal noch eine Runde drehen, aber das seht ihr dann in der Zukunft, also in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao mit V.